Was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Hallo? Mir lebt die... Mir lebt die Riga auch. Es war so schön gestern in Wien. Oder Wien war richtig crazy. Luki Looney, was geht ab? Let's go, you get all the shine. It's all about me. Alles klar. Kommt vorbei, komm, watch. Ähm, ja. Hallo, Vanessa. Du bist cool, du bist auch cool, Luna. Aber du bist cool, ja? Kahu, ja. Kahu, swaggy. What is love? Baby, don't hurt me. Pottweil, auf jeden Fall Pottweil, Friends, okay? Wo ist Pascal? Pascal ist gerade draußen und organisiert den VIP-Einlass. Ich muss sagen, ich bekomme es gar nicht so richtig zu. Was? Das ist gerade ein bisschen peinlich, dass ich glaube, wenn ich das zumachen muss. So. Jetzt habe ich es geschafft. Liegen lassen. Dann habe ich sie wiedergefunden. Ich so, yes, Alter. Ich bin voll cool. Ich habe mir eine Hose gekauft. Ich habe fast vergessen, dass ich sie mit hatte. Sie war einfach eingepackt von Aces für über einen Monat. Ich mag kaum müßvoll. Nein! Ich bin gerade fast auf Ben gekommen. Wir sind auf jeden Fall noch Pinguinfreunde, okay? Ja? Wir sind coole Pinguinfreunde. Ach, was ich sagen wollte? Soll ich jetzt... 15 Minuten, super. Leute, soll ich... Du hast ein Knie. Ja, ich habe ein Knie. Crazy, ja. Soll Pascal kaufen? Die habe ich auch vergessen. Dieser... Ich habe mir so Schuhe gekauft. Die sind voll hässlich. Aber ich hatte keine Lust, die zurückzuschicken. Nein, was ist vorwärtschen, mein Lieben? Ach, genau, weil man Sachen nicht... Also ich bestelle immer viele Sachen. Und wenn die mir zu groß sind oder so, wenn ich sie mal zurückschicken, dann vergesse ich mal zurückzuschicken. Und dann sage ich mir, ach, behalte ich mal. Wenn wir heute, ähm... Schubst mich nicht. Marian Mäther von Lukas Rieger schubst Künstler. Ich muss die Fotos hochladen. Ich will wieder hinsetzen. Ich muss die Fotos hochladen. Ich muss die Fotos hochladen. Eumel. Was heißt denn denn Eumel? Was heißt eigentlich Eumel? Was heißt eigentlich Eumel, Leute? Wisst ihr, was Eumel heißt? Also ich mache nur noch Parfum. Dann mache ich Deo überheben. Dann noch mal Parfum. mit alles zu gericht natürlich einmal verteilt man hat man den special übersieger